Unsere Aufgabe ist das Einrichten der Baustelle von der Verkehrssteuerung über dem Bauzaun, Baucontainer. Das sind die grundlegenden Sachen, die wir angeboten haben und jetzt als Nachtrag ist noch dazu gekommen der Hochbaukran, der jetzt aktuell aufgebaut wird. Zeppelin Rental ist gerade was Baustellen, Einrichtung, Ausstattung, Mietequipment angeht, sehr breit aufgestellt. Aber für das Komplettpaket fehlt natürlich bei vielen Baustellen im Bereich der Sanierung und des Hochbaus noch der passende Baukran. Und hier sind wir natürlich sehr stark aufgestellt in der ganzen Republik und haben den passenden Turmgerätkran herausgesucht und bereitgestellt. Für die Montage eines Turmgerätkrans werden grundsätzlich ein Autokran benötigt, dann natürlich LKWs, die die ganzen Teile anbringen, anliefern. Ja und natürlich last but not least Manpower, damit die Teile alle zusammengefügt werden können. paar Aile 22 29 29 29 30 30 30 31 42 32